so wir machen heute ein gute nacht stream mit der sonoren stimme von roger damit ihr euch gut entspannen könnt liebe zuschauer entspannen es gab die ersten reklamationen auf meinem kanal dass ich nichts mehr hochlade momentan und dann mache ich mal zwei runden mit schließt die augen folgt unseren stimmen das neue abzeichen hier roger hat elite status also wollen jetzt aber sehen von roger unsere is7 auch ein bisschen links würde sagen auf einmal das muss hochladen können und manchmal unsere laden zu holen ganz einfach das ist ein random gameplay das ist live hier mitten aus world of tanks Untertitelung. BR 2018 Sehr schön. Ah, fast wäre der SDV-1 gestorben dafür. Ich fahr mal zu den Heavys. Warten, wenn ich die Kurve kriege! Na, geht nicht, war aber Suchwert, oder? Wirkungsdreffer! Wir haben sie böse erwischt! Mit einem 303er Durchschlag gegen eine Maus ist jetzt nicht so meine Spezialität. Könnt ihr vorziehen ein bisschen? Wir sind bewegungsunfähig! Aber habt ihr... Egal, das geht hier. Jetzt kommen die E7 endlich mit. Mit einem 300er Durchschlag, Mausfrontal. Okay, danke, Game. Wir haben sie böse erwischt! Das ist ja wie in der Disco hier. Kleiner, frecher EBR. Irgendwie, das ist so ein Game, wo man nur durch die Gegend fährt. Konntest du schon Damage machen da hinten? Roger? Nein, wir können die noch nicht. Ich hab's auf den EBR und der war zu schnell weg. Ich fahr jetzt mit rüber hier. Hier steht noch allerhand. Ich werde mich mal ein bisschen mit einbringen hier. Gute Idee. Leo, der kann die wegmachen. Ich traue mich nicht so richtig da rauszufahren hier unten. Er ist weg, der Leo. Er wird da immer versammelt. WT steht ja auch noch da. Na ja, gucken wir mal. Er war halt nicht so eine gute Performance von mir. Ja. Ah, schade. Da hab ich immer umsonst geschossen. Ach nein. Das ist mir mein's guter aus, was? Ich bin wieder total leise. Manchmal sitzt Roger auf dem Headset, aber nicht schlimm. Ich bin da leise, Mann. Ich schleiche mich leise ran. Ich seh's Schauen wir mal Was immer geht Abschmerzphase Ich muss nicht mehr nirgen Oh Ich dachte ich könnte in die zweiten noch reinsetzen Na gut Den ersten versimmelte Da hab ich auf das Wackel geschossen So das Spiel vergessen wir mal schnell Das Frag war aber schon tot Ich hab dir nix mehr machen Schon beim butterweichen Broghetto 66 da unten in dem Tunnel Der Höhepunkt des Tages war die Maus frontal mit dem 300er Durchschlag Normalerweise darfst du da nicht durchkommen Aber da spiel mal gut Gib mal eins mit mir Naja Das ist immer ein Sieg Der Sieg zählt Ja warte mal Noch nicht reindrücken Roger Oh ne Hier die Turmpanserung von 195 Das ist 8er Niveau Was ich hier hab auf dem 9er Da bumst dir alles durch Ab dem 8er eigentlich Oder ein 7er mit Premium auch Aber irgendwie spiel ich den trotzdem ganz gerne Den Broghetto 66 Das ist halt schnell Aber eben Viel darfst du nicht erwarten So jetzt können wir reinklicken Darum bin ich hier wie auf Eiern gefahren Bist du ready? Ich bin schon lange ready Ich und meine Zuschauer warten schon Ja Mit dem 1er Roger Na gut And let's go Ja Wollen wir erklären Ob ich hier wie auf Eiern gefahren bin Mit dem Weil die Turmpanserung ist ja auch nicht existent Beim Broghetto Ja Nee Überhaupt nicht Wir bummen jeder 8er durch Darum ist gut Dass wir jetzt gegen 9er kommen Sehr gut Keine Klicker Ist auch schön in der Wüste Ich wäre eigentlich für links Deine Stimme wirkt schon Roger Okay Ich bin nicht so ein Freund von dieser offenen Fläche irgendwie Ich weiß nicht Los geht's Und die Karte haben sie auch neu Neue Design Die haben hier was hingebaut Jetzt Dass du ein bisschen safer hochkommst Das war eine Zeit lang Nicht so gut gebalanced Die Karte Aber die Überbearbeitung Die sie gemacht haben Die waren eigentlich ganz gut Auf den Karten Auch Bergpass Ist auch gut hingekriegt Stutzjanki Roland Ist auch nicht so gut Jetzt Ich bin nicht nur Uno Ist Ja Ja Daher ist Oh, die sind mega aggressiv hier. Der ging voll durch ihre Panzerung. Der ging voll durch ihre Panzerung. Der ging voll durch ihre Panzerung. Machen wir gleich mal ein paar Specchellen verteilt hier oben. Die sind immer ganz so aggressiv. Kriegst du Gäste, Roger? Sag was! Ja, ja. Roger stirbt immer leise. Ich hab das Fee rausgeladen. Sehr schön. Okay, wir gehen sie bumsten. Entschuldigung. Nachladen, komm wieder weg. Wo haben wir geklärt hier oben? War ein anderer Kampf für mich. Schade, dass wir nur live auf mir drauf waren und nicht auf Roger. Auch egal. Schmerzhafter Kampf war das für mich. Ich fahre immer rüber hier. Aber er lebt noch, der Holzmichel. Klar. Ich lebe noch. Aber ich fahre mal durch die Mitte. Ja, ich auch. Ich auch. Die waren ja mega aggressiv. Das kann auch ganz schön schief gehen, Leute. Ihr habt es gesehen. So aggressiv darf man jetzt auch nicht fahren. Wir sind jetzt eigentlich schon fast in der Abschmerzphase. Fast. Willst du mich verarschen, Game? Diese Emotionen. So. Hehe. Hätte ja sein können, dass es mal klappt. Ich hab Bock da richtig rein zu jodeln jetzt. Und wir müssen den Zuschauern ein bisschen Content bieten. Ah. Einmal zu spät geschossen. Einmal drauf und dann haben wir nicht mehr geschossen. Wir haben sie nicht mal eingekratzt. Ich weiß ja nicht mehr viel da. Aha! Naja, ich kann noch einen. Ich konnte noch einen rausnehmen. Und die Kill brauchen. 700 Schaden und drei Kills. Super. Oh. Hey, wer pumst mit deinen... Guter Scheiß BZ. So. Na also, nix besonderes die Runde. Aber ein bisschen Action haben wir noch geboten. Zu spät der Stunde. Hm. Ach, die stehen ganz hinten. Die übliche Stritz-Camper. Der wird irgendwo im Loch stehen da hinten. Ja, ja, hinten. Äh. Ich sag, es ist gegen TD-Player. Der Spieler. Jeder soll sich seine eigene Meinung bilden, ne? Sag ich immer. Da steht immer, wo er immer steht. Im Loch. Da gucke. Am besten noch hinter der Adi. Na, schab ich noch in Cap? Spannung steigt. Nix gemacht, aber ein paar rausgenommen. So. Ja. Ja, das laden wir heute jetzt noch hoch. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen die Augen schließen können. Ein bisschen entspannen. In den Bauch atmen. Die Beine anstellen. Ein bisschen unsere sonoren ASMR-Stimmen genießen können. Ne? Und wenn ich jetzt genug Dumpfsinn gequatscht habe, bitte einen Daumen hoch dafür. Und ihr könnt auch gerne ein Abo hinterlassen, ne? Wenn ihr noch nicht abonniert habt. Ich habe nämlich Roger gesehen. Ganz viele Leute schauen meine Videos, aber abonnieren nicht. Ne? Was soll man denn dazu sagen? Ne? Aber lassen wir das. Dann wünsche ich noch einen schönen Abend. Ja, gleichfalls. Ja. Gute Arbeitswoche nächste Woche an euch alle. Und ciao Kakao.